Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls from Skyrim. Wir waren letztes Mal hier im... Macht keine Dummheiten, Krieger. Der Grund für euer Hiersein ist kein Geheimnis. Und ihr habt euer Können im Kampf bereits unter Beweis gestellt. Ja, wie ich wohl meinen... Lasst uns einen Augenblick reden und niemand sonst muss sterben. Ich glaube, wir können alle von der gegenwärtigen Situation profitieren. Meine Männer werden euch nicht angreifen, wenn ihr eure Waffen senkt. Ich wurde geschickt, um euch zu töten. Nee, warum verfolgt ihr Zadia? Äh, wir sind ein Argonia, wir regeln das auf diplomatische Art. Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tarnit sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Okay. Seine Anhänger dürften nach Gerechtigkeit. Verstehe. Ich wurde geschickt, um euch zu töten. Natürlich. Ihr wurdet geschickt von... Wie nennt sie sich dieser Tage doch gleich? Shazra? Zadia? Eines von beidem, korrekt? Ja. Hat sie an euer Ehrgefühl appelliert? Eure Gier? Oder vielleicht ein eher... Niederes Bedürfnis? Ja. Es spielt keine Rolle. Sie hat euch ganz sicher überzeugt, dass sie das Opfer ist. Aber wisst ihr überhaupt, weshalb wir sie verfolgen? Äh, nö. Ihr wolltet mir ja keine Auskunft geben. Zadia hat mir ziert. Ihr seid Assassinen. Ich bin angeheuert worden, um euch zu töten und das werde ich jetzt... Nein, diplomatisch bleiben. Wie bitte? Nein. Nichts derart grobes. Zadia, wie ihr sie kennt, wird von den Adelshäusern von Tarnit wegen Verrats gesucht. Verstehe. Wir wurden angeheuert, um sie in Hammerfell der Justiz zu überstellen. Ihr könnt uns dabei helfen und dafür sorgen, dass niemand mehr verletzt wird. Was soll ich für euch tun? Sie vertraut euch. Zumindest ein Stück weit. Schließlich hat sie euch auf uns angesetzt. Ja. Sie hat keinen Grund, etwas anderes von euch zu erwarten. Okay. Überzeugt sie davon, dass wir ihr dicht auf den Fersen sind. Dass sie fliehen muss. Bringt sie zu den Stellen außerhalb von Weißlauf. Wir werden auf euch warten und sie dann festnehmen. Ich will gern einen Teil der Belohnung mit euch teilen. Schließlich helft ihr uns im Namen der Gerechtigkeit. Gut, im Namen der Gerechtigkeit. Ich mach's. Gut. Wir warten bei den Stellen auf euch. Ich freue mich schon darauf, endlich nach Hause zurückzukehren. Ja, darauf kannst du dich auch freuen. Gut. Ja? Dann werde ich meinen Abflug machen. Oh, aber vorher? Ja. Tor untersuchen. Na, den nehm ich doch mit. Gold. Den Bar nehm ich mit. Und den Schmerz. Bringt auch. Dann setz ich mir mal den schönen Zwergenhelm auf. Zack. Er ist nämlich besser. Ein Stahlhelm der Magiker. Naja, den kann ich ja verkaufen. So, Schrank nehm ich mit. Ich glaub, die Tour hatte ich beim letzten Mal übersehen. Die seh ich jetzt eigentlich. Naja, gut. Das lass ich mal lieber unkommentieren. So, wieder den Wasserfall. Das ist ein geheimer Ausgang. Wie man das ja so schön kennt. Das ist ja immer so. Dann werden wir doch gleich mal... Das ist so ein geheimer Eingang. Warum bin ich da nicht gleich langgegangen? Ja, ja, ich weiß nicht. Dann werden wir doch gleich mal zu guten Saria... Da-da-da-da-da-da... Aufbrechen. Saria! Und sie zu den Stellen locken. Denn wenn es stimmt, was er sagte, ist sie eine Verräterin und muss... Bestraft werden. Nicht getötet, aber wenigstens bestraft werden. Popo klatschen mit Anlauf und so. Und nach draußen ging es nach, äh... Da war die Truhe, nach... Äh, da. Vielleicht. Äh, komm ich da jetzt zurück? Da. Da kam ich raus, eben gerade. Und wo komm ich jetzt hier raus? Das sind doch Kampfsponade. Ich hab' nicht gesehen, die kleine Einkerbung hier. Kann da auch niemand sehen. Dann werden wir das mal noch schnell erledigen. Und dann werden wir zu den Gefährten wieder gehen. Da gibt's nämlich auch noch eine Menge zu tun. Ja, schneller das auch. Übrigens hab ich mich dafür entschieden, Schnellreisefunktion, ich glaube viel schneller. Poppa. Ähm, diesmal auf die Seite der Kaiserlichen zu gehen, auch wenn ich lieber auf die Seite der Nord gehen wäre, äh, gegangen wäre. Aber ich bin kein Nord, ich bin ein Argonia. Und von daher steht es mir frei, jede Seite zu wählen, die ich mag. Und die Nordseite habe ich schon gesehen. Und die meisten von euch wahrscheinlich auch. Deswegen werde ich zu den Kaiserlichen gehen. Simpel. Ich will dir was verkaufen. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weislauf bin. Diese Ehre gebührt Eolund. Ne, 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 du hast schon gesagt, dass ich der beste Schmied innerhalb Weislauf bist. Ich will nur eine faire Chance. Gucken, kann ich die ganzen Pelze zu Leder verarbeiten? Ja. Das ist Possible. Und jetzt Possible. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und zack. Und das auch noch. Das auch noch. Das, das, das. Das, das. Okay. Und Lederstreifen ein bisschen. Machen wir auch. Gut. Und mehr Rüstungszoll. Kann man noch Eisenbahnen? Schreibt, ja. Gut. Jetzt ist jetzt Pels. Pelsabschiebe. Zack, 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 zack. So, ich schmiede schon einmal ausgebessert und noch ein bisschen öfters. Können wir was einschmelzen? Ja, Eisenbahnen. Und daraus können wir dann auch gleich wieder ein bisschen ein paar Eisenbahnen machen. Sehr gut. Schmiedkurs verbessert auf 29. Dann warten wir mal bis es Tag ist. Am Morgen, 2 Uhr am Morgen. Ich weiß, 6 Stunden. 4, 3, 2, 1, und Tag. So. Auf in die Kriegsjungfrau. Hallöchen. Wir haben kleine und große Waffen, Streitkolben, Dolche, alles auf Lager. Ja, schön, aber ich brauche was verkaufen. Ich sage nicht, dass wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Natürlich Schaden austeilen. Erstmal will ich dir etwas verkaufen. Alles. Kann ich es auch haben. Brauche ich auch nicht. Die Angenbogen behalte ich. Äh, die kannst du alle haben. Stadion kannst du haben, okay. Mehr kriegst du nicht, aha. Hin, reinzuschauen, falls sie etwas braucht. Ja, ja. Es liegt Frost in der Luft. Dann mal zu dir. Meine Ernte wird nicht gut. Also, die Ernte wird nicht gut. Wie schlimm. So. Hier könnten wir auch noch irgendwas verkaufen, wenn ich Bekäufer mal da wäre. Aber wir können auch hier was verkaufen. Im Gemischwaren ja Laden. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, sucht mir einfach Bescheid. Alles steht so klar. Was habt ihr zum Verkaufen? Viel Geld hat er 700 Euro. Pff, armes Sau. Ähm, ich habe ein bisschen Zeug für dich. Ach komm, wir sind ja nicht jetzt hier. Was soll das? Ein leichteres Zug braucht keiner. So, jetzt geht er weg. Ich glaube, ich darf so ein Schriftrollen. Nee, des Feuersturms. Echt. Fischer. Nee, ich brauche noch. Bitte kommt wieder. Ja, mal gucke ich mal. Mal schauen, ob ich da Lust habe, wieder zu kommen. Jetzt muss ich erstmal hier rein. Liebe Flakte-Meg. So. Und dann rede ich erstmal mit dir. Ihr seht aus, als könnte die Arbeit braucht. Was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Die Gefährten? Ja. In Yorvasca? Sie heuer neue Mitglieder an, heißt es. Sam, unser anderer. Was? Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Äh, ihr ein Wett trinken? Ein Wett trinken? Ihr habt keine Chance. Ha, das werden wir ja sehen. Das ist ein besonderes Gebräuch. Sehr starker Tobak. Na, na und? Dann fangen wir mal an. Na dann los, hoch die Humpen. Dann eröffne ich mal die erste Runde. Versuch's doch. Runter damit. Zack. Und fast schon verloren, wettig. Ihr seid dran. Das war keine gute Idee. Nein, los geht's. Damit wäre einer geschafft, mein Freund. Einer geschafft. Na, einer? Also gut. Der nächste Punkt für mich. Hast du eh nicht. Gibt's auch was für den Latschen. Junge! Und wie steht's mit euch? Kein Problem hier. Zweites Glas? Nichts leichter als das. Seid ihr? Ich glaube, ich habe bald genug von dem Zeug. Naja, eins. Ist er was? Will noch einen schafft, dann habt ihr gewonnen. Kein Problem. Einer noch? Kein Problem. Aber hallo. Ihr habt es wirklich geschafft. Der Stab gehört euch. Guter Tropfen. Wisst ihr was? Es macht Spaß mit euch zu trinken. Ja, Mann. Ich kenne einen tollen Ort, an dem Wein wie Wasser fließt. Dort sollten wir hingehen. Und wo? Sag mal, ihr seht aber nicht so gut aus. What the fuck ist jetzt los? Wacht auf. Äh. Ja, wacht endlich auf, betrunkener Gotteslästerer. Was zum... Wo bin ich? Gotteslästerer? Ah, auf meinem Kopf. Nein. Wo bin ich? Natürlich. Ihr erinnert euch nicht mehr daran, wie ihr hierher gekommen seid. Nein. Dann wisst ihr sicher auch nicht mehr, dass ihr hereingekommen seid und etwas von einer Ehe oder einer Ziege gefaselt habt. Was zum Teufel? Dann erinnert ihr euch auch nicht mehr daran, wie ihr in Wut geraten seid und überall im Tempel Müll verstreut habt. Nein. Äh, war ein Mann namens Sam bei mir? Tut mir leid, aber ich weiß nicht einmal, wie ich hergekommen bin. Es ratet mir. Ich würde euch ja zu gern helfen. Aber ich bin so damit beschäftigt, das Chaos zu beseitigen, das ihr in unserem Tempel angerichtet habt. Wenn ihr mir natürlich beim Aufräumen helfen und euch hinterher entschuldigen würdet, dann könnte ich vielleicht etwas für euch tun. Ja, okay. Was soll ich denn aufräumen? Oh, hier liegt eine Menge Müll rum. Ja, und sie trinkt erstmal selber. Na, klasse. Na gut, nehmen wir das erstmal auf hier. Das hier. Das hier. Das kann ich noch aufheben. Das kann ich noch aufheben. Das hier. Das wird stehen. So, fertig. Redet wieder mit mir, wenn ihr euer Chaos aufgeräumt habt. Ach, Mann. Ich hätte mir noch mehr aufräumen. Das ist gerade stehlen, das darf ich doch anders nicht. Kann ich einfach rausgehen? Entschuldigung. Ah, wer ist das denn? Äh, die Quest habe ich übrigens auch nie gemacht. Nur so, äh, als Info. Ich tue gerade nicht überrascht, sondern ich bin überrascht. Oh, ein Brunnen. Hm, schön. Ein guter Tropfen, mein Freund. Oh, kann ich da reingehen, ohne dass ich meckere? Ah, ich bin versteckt, okay. Experten-Schloss, ich kann mal. Experten-Schloss, das ist ein klein Problem. Ich habe einen Meisterschlaf-Schloss aufgelegt. Ah, so. Hm, Fingerspitzen-Gefühl. Okay. Na, das ist es doch. Oh, ich habe nichts gemacht. Oh, hallo. Muss ich hier unten auch noch aufräumen? Moment. Ich speichere mal lieber ab, bevor ich gleich in Schwierigkeiten gerate. Hallo? Die Welle fühlt uns. Hallo? Hallo? Habe ich jetzt Schwierigkeiten? Was macht ihr denn hier? Ich? Bleibt, wo ihr seid. Die Mutter wird sich um euch kümmern. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Also gut, wer ist die Mutter? Ich werde euch alle umbringen, bevor ich euch festhalten lasse. Nein, okay, wer ist die Mutter? Hier ist sie. Okay, was? Wer denn? Was soll das denn? Ich wollte mal chillen, ey. Ich habe mich über den Tempel gewundert. Leider erlauben wir Männern keinen Zutritt zum Allerheiligsten. Ah, ah, ah. Ihr habt einen Fehler begangen und müsst dafür bestraft werden. Hm, ja, bestraft mich, Baby. Äh, nein, warte. Was ist die Strafe? Normalerweise ein schneller Tod. Öh. Zum Glück für euch sind andere Angelegenheiten dringender. Das sage ich doch. Wir könnten ein Exempel statuieren, aber vielleicht gibt es für euch eine bessere Verwendung. Ja, wozu ist das denn gut? Die von euch so grob unterbrochene Zeremonie war das hohe Protokoll des Orakels von Di Bella. Sorry. Ich erwarte nicht, dass ihr wisst, was das bedeutet. Tu ich auch nicht. Es genügt wohl, wenn ich sage, dass wir unser Orakel kürzlich verloren haben. Ach so. Durch das Protokoll haben wir gesehen, wo das nächste Orakel lebt. Im Norden, in einem kleinen, nah am Fels gebauten Dorf. Ach so. Wenn ihr euch dorthin begeht und unser junges Orakel holt, wird euch eure Sünde vergeben werden. Natürlich. Ich werde Puste tun. Äh, wo ist das Dorf? Ich bin nicht sehr erboten, Junge. Die Statue gehört mir. Was? Nein. Wir glauben, dass Katwasten der Ort in unserer Vision ist. Nun beeilt euch. Ihr müsst das Mädchen so bald wie möglich zum Tempel bringen. Ja. Sprengt dabei auch was für mich raus? Nein. Ihr redet nicht mit mir, Beschmutzer. Entschuldigung, ich bin schon weg. Alter Schwede. Lesbenvereinigung hier unten. Ich sage ja. Schnee, die Kio. Hallo. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, ein Schrein von Di Bella. Muss ich hier noch mehr aufräumen jetzt? Wie sieht es aus? Kann ich wieder gehen?